Also, gehen wir sofort hin. Keine Umwege. Das elende Auge. Oh! Man kann jetzt die Strikes auf leicht oder auf normal stellen. Mach nicht leicht. Komm wir machen normal. Normal ist auf 320. Ja, mach sicher. Ja, normal ist gut. Solange normal nicht 350 ist. 320 geht's schon. Warte mal, 320 ist das ein... Ne, das ist nicht aus der Playlist. Playlist heisst ja, es läuft einfach. Oh, das ist Playlist. Ne, Playlist heisst ja, dass es einfach beieinander läuft. Playlist ist auch 320. Ja, der Playlist weiss ja nicht, was du für einen Strike kriegst. Das heisst ja, wenn man aus dem Navigator einen Strike aussucht... Hei, hätten sie nicht ein anderes... hätten sie auch nicht ein anderes Boot wählen können, als der Spleisser. Der hat ja alles kaputt und die Türen getan, um zu arbeiten. Hei, nein. Eine Hammerarmee unter Kontrolle der Spleisser würde das Ende von Alt-Russland bedeuten. Spleisser. Das sind heisse Spleisser. Das sind heisse Spleisser. Neutralisiere sie, bevor das noch schlimmer wird, Hüter. Dann wird jetzt mal ein Standardspruch. Okay, in der Nähe des Bunkers gibt es eine Reihe alter Raketen. Spleisser. Es führt wohl keinen Weg daran vorbei. Oh, was zum... Ich bin gefangen, hilf mir. Was zur Hölle? Was war das? War ja auch nicht. Die haben neue Fallen, die Dreckssäcke. Oh, ich bin so viel tot. Hüter gefangen. Oh, Hüter gefangen. Hüter gefangen. Ich orte mehrere konzentrierte Sieberknoten da vorne. Sieberknoten. 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 Was machst du? Ich hab die falschen Waffe aufgerüstet. Wenn du dort reinkommst. Ich verankt der hat, die alle andere die ... Sieberknoten. Ich habe einen weiteren Sieberknoten entdeckt. Alter, wer... Da war mir die grüne Seuche lieber. Alter, guck dir diesen Ruski an. Den ist natürlich all scheißegal. Der läuft einfach noch straight weiter. ich will den strike genießen na bestimmt schon 20.000 mal gemacht oder der hat ihn schon auf der gamescom gespielt so jetzt aber ja du ja 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 er will ich will den kohle ich will den kohle ne 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 gut ich rüste jetzt erstmal mein schwert aus und dann beim boss wechsle ich Totengeist wiederbelebend ist ja da, geil. Ah, da ist er. Wartet auf mich! Oh, ich habe einen weiteren Knoten gefunden. Los geht's! Sie war ein Knoten in der Brust. Ach komm, ich will auch mal einen Spaß haben. Das ist der letzte Knoten. Sicherheitsprotokolle sind geklärt und können geklärt werden. Und weiter geht's. Jetzt ist wieder ein Strike, welcher du retro-sicklen musst. Das glaube ich ja nicht. Was ist? Jetzt musst du wieder in einem Strike retro-sicklen. Es gibt genau zwei Stikes, die du das machen musst. Jaaa, Yalohon drauf, weg die Hex! Ich orte neue Sieber-Energiespitzen unter uns. Mehrere Knoten, die alle eine weitere Barriere antreiben. Weil ich nicht ihre Position nicht finden. Ihre Signaturen sind zu sporadisch. Du weisst, was du zu tun hast, Hüther. Finde diese Knoten, entlade sie und bleib in Bewegung. Oh, weisst du, ich leg die Eisengele an den Holz. Was? Was? Zeig! Komm, nicht drüber! Würde um Grundsteil anwenden? Ja. Puh. Zweite Ruhe, oder? Es ist schön, hier unten ein klare Signal zu empfangen. Bleib nicht steh, hier. Je näher wie an jeden Knopf, kannst du ja löschern. Komm nicht drüber, kannst du den nach oben holen. Alles Knie ist ne. Den wollte ich drücken. Wih, warum bin ich... Warum bin nicht der Dunkelheit verfallen? Oder was auch immer das Rad war. Nein! Oh shit! Oh shit! Das kann es laut sein! Bin auch runtergefallen. Wie, der belebt mich wieder und läuft weiter? Was soll das? Da liegt noch eine Leiche, mein Freund. Da liegt noch eine Leiche, mein Freund. Ja, du gehst. Ih, hier ist giftig. Wer hat gefurzt? Da ist eine grüne Wolke. Bindung zur Spielwelt abzubekommen. Ich muss noch einen Knuggen geben. Haarschloch. Rein aus der Freundesliste ist jetzt über 3.50. Kann man auch haben, kann man! Ohhhhhhh. Ich habe kein Mitleid mit der Schar. Mach weiter! Seid ihr schon weitergelogen oder? Wo seid ihr? Lol. Ich rush hier voll durch. So gewissens die Wunsch die Welt. Hahaha! Das war's. Das Hörnchen gibt es erst nach Getreff. Die Ehre ist deaktiviert. Güter gefeind. Unter dem Markt vielleicht. Oh, ich fass es schon Januar nicht zu holen oder wo. Aha, die Ehre frau! Ja. Das sieht nicht gut aus. Hast du den hohen Priester gefunden? Nichts wird hier! Ahhhhhhh. Segen wir uns das Ding mal genauer an. Wo bleibt denn beide? Wo seid ihr? Lol. Ach du Ruski ist schon da. Ich komm auch durch. Ja guck mal hier ist ein netter Ola. Ich hab ihn wieder überlebt. Den nicht schießen! Der ist unverwundbar. Nur den hohen Priester. Bin ich gell, dann bin ich Waffe. Ja. Ich hab's wieder auch wieder auf. Mhm. So, ich hol mir jetzt erstmal Schwermoni. So, und jetzt spiele ich wieder das lustige Spiel Look at my Horn. Oh ne, ich hab's da gesehen! Oh ne, ich hab' den Oga! Oh ne, ich hab' den Oga! zu spüren ich war zu nah an dem typen ich habe die waffe gesehen und die sieht verdächtig nach der waffe aus die letztes jahr aus dem spiel genommen wurde jetzt habe ich mir auch schon gedacht sieht so verdammt ähnlich aus also das design haben sie sozusagen wieder benutzt das war die ich habe keine schwere mehr Kovex Dein Endesnam So, der Uga ist frei, müssen wir aufpassen Oh, da kommt ja meine Munition Wieso mich? Ha, ha, daneben, mein Freund Immer nur auf Kovex konzentrieren, ne? Der Uga ist egal Der Uga kann eh ohne seine Augen nichts machen Außer zu uns kommen und stampfen Scheiße Mein Gott Der kann teleporten Ach, Ruski Nicht so oft sterben Hilfe Hilfe Komm mal gleich, komm mal gleich Alter, rechts der Kovex, links der Uga und vor mir nur noch ein Haufen Scham Bleib wenigstens 15 Sekunden am Leben, wenn du mich nicht holen kannst oder so Doch, geht, 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 geht Doch, geht hinter der Uga Ach, komm Oh, ich wollte mich verarschen Ich spiele hier den Sanitäter heute Fünf Sekunden Oh, der Uga Das war eigentlich aber der Schwertbruch Ja, toll Alter Die Schweber übertreiben Jack Peter Jetzt Der Ufa macht sich auch nicht so gut Ach, ich hole mir mal die Wut vom Oga Ich weiß, wenn man auf den Typen schießt, müsste man eigentlich die Wut des Odas auf Sicht ziehen. Wow. Gebe doch. Ja, ich seh's. Ach nee, das bist ja nicht du. Wie die einfach ausrasten, wie die einfach ausrasten, die sind krass drauf, die Kleinen. Oder Uga? Wie will man eine Jallerhorn-Munition haben? Ich hab ja noch nicht mal Zeit dafür. Alter. Nein. Alter. Was geht denn hier ab? Beschützt mich. Beschützt mich? Ich hab jetzt... Die Jungs jaugt gemessen. Ja. Wow, Uga, halt's. Ja, Alter. Schieß nur auf der Wichse. Wow, der Uga, der Uga, der Uga. Alter, Uga, verpiss dich. Ich hab voll die Wut von dem grad. Boah. Und ich weiß auch warum. Ich werde sterben. Oh, wie hab ich das überlebt, Alter. Schießt auf ihn, bitte. Damit er mich in Ruhe lässt. Wir müssen nur noch mehr Zeuge. Was, der ist abgehauen, der Pisser? Willst du mich verarschen? Nein! Dieser Uga, der ist vor mich gelaufen, wo ich geschossen hab. Was sieht der eigentlich am Mann? Alter, dieser Huchen... Nein! Nein! Äh... 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 Dieser Hundesohn! Der Strike, der Boss.